Die ÖH-Wahl steht wieder an und dabei ist auch deine Stimme gefragt. Aber wie läuft so eine ÖH-Wahl überhaupt ab? Bisher war die Wahlbeteiligung eher niedrig. Daran sind nicht nur die Krisen schuld. Wir alle müssen unser Wahlrecht ernst nehmen. Dabei ist wichtig zu wissen, du wählst an diesem Tag die Studienvertretung und auch deine Hochschul- und Bundesvertretung. Das passiert alle zwei Jahre. Die ÖH-Wahl findet bundesweit mit amtlichen Stimmzetteln statt. Wählen kannst du an deiner Uni, FH, Privatuni oder pädagogischen Hochschule. Also genau dort, wo du deine Zukunft gestaltest. Gestalte sie zusammen mit deiner ÖH. Am Wahltag bist du nicht auf der Hochschule, beantrage eine Wahlkarte und schicke sie rechtzeitig ab. Deshalb. Vote today, shape tomorrow. Weil es nicht wurscht ist, ob du wählst.